Ich bin Mama von zwei kleinen Kindern und wenn ich immer so höre, in anderen Einrichtungen gibt es den einen strikten Dienstplan und nichts anderes. Und hier sind die Vorgesetzten, die Einrichtungsleitungen wirklich darauf bedacht oder horchen auch mal hin, wenn es jetzt so um persönliche Situation geht und versuchen da so gut wie es geht unter die Arme zu greifen und im Raum dessen was halt möglich ist auch entgegen zu kommen. Mein Team, ja also ich würde uns auf jeden Fall verrückt durchmischt. Wir sind jung, alt, wir haben uns alle lieb. Es macht Spaß zu arbeiten. Es gibt immer viel zu lassen. Also ich finde das gerade für unsere Bewohner. Die Pflege, die wir machen, ist für unsere Bewohner wirklich optimal. Man hat eigentlich Zeit für die Bewohner und man hat auch den Spaß mit den Bewohnern. Man hat auch Möglichkeiten. Wir haben einen großen Gartenbereich, wo man mit den Bewohnern rausgehen kann. Es gibt hier sehr viele Veranstaltungen, Osterfeiern, Weihnachtsfeiern, Silvesterfeiern und gerade das ist dann so. Das macht dann immer Spaß. Mit der Geschäftsleitung kann man reden. Die hat ja eigentlich immer ein offenes Wort, ein offenes Ohr für jeden. Oh, neue Kollegen werden gut eingearbeitet. Es gibt ein Feedback nach ein paar Tagen, wie man sich einbringt ins Team. Wie gesagt, sie sind alle offen, herzlich. Es ist ein angenehmes Arbeiten. Also wenn auch du in unserem coolen und spritzigen Team dabei sein willst, wenn ihr Bock habt, das hier mal kennenzulernen und eventuell bei uns anzufangen, dann klick auf den Link. Klick auf den Link. Klick